Freunde, ich habe an meiner Seite den Hasti und den Phil und wir haben vor uns einen Haufen neue Flavor von Fog Your Law. Da sind ein paar dabei, die es schon bei Fog Your Law gab, aber jetzt bei Fog Your Law 2.0 wieder dabei sind. Es sind neue dazugekommen, es hat sich aber ein bisschen was verändert. 17,90 Euro kostet das Ganze, man kriegt aber nicht mehr 65 Gramm, sondern jetzt 70 Gramm. Die sollen alle überarbeitet sein, die sind alle mit einem neuen Verfahren, neuen Maschinen hergestellt und davon wollen wir uns heute natürlich überzeugen. Und deshalb werden wir heute in diesem Video alle einmal durchtesten und zu jeder Sorte ein Fazit raushauen. Außer den Gurke und den White Cake, die haben wir leider nicht. Und wir fangen an. Also Kaktus Candy soll Kaktuseis sein, das ist er aber auch. Hatte Hukain damals auch ein Kaktuseis? Ja, ne? Weil ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich den geraucht habe und ähnlich schmeckt er tatsächlich auch, so wie früher. Ist sehr süß, man schmeckt ganz klar einen Kaktus raus, es schmeckt sehr ähnlich zu diesem Kaktuseis. Aber was mir hier fehlt, ist so dieses Prickelige von diesem Kaktuseis, was ich auch in anderen Sorten hatte. Wenn man an dieses ganz klassische Kaktuseis denkt, weiß ich, was du meinst. Ja, das fehlt halt, ja, genau. Aber ansonsten ist das ganz lecker. Kaktus kommt richtig geil rüber. Ich finde, man merkt auch sofort, dass es das Kaktuseis sein soll. Ich würde sagen, in der B-Note leichte Abzüge für das Prickeln. Aber ansonsten tipptopp Eiskaktus-Flavor. Ja, ich würde tatsächlich auch ausnahmsweise mal zustimmen und würde sagen, ja, es ist einfach ein simpler, aber leckerer Kaktus-Tabak. Ich sage es mal so, Eis ist ja meistens dafür bekannt, dass es dann irgendwie kühl schmecken soll. Finde ich jetzt in dem Fall gar nicht so krass. Boah, ich finde aber schon, dass er kühl ist. Aber nicht so stark. Aber von 1 bis 10 würde ich dem eher so eine 3 von 10 auf der kühle Skala geben. Ja, nicht krass, nicht krass. Ein Tabak, der verspricht deutlich frischer zu sein, ist der Wäschwäsch. Also dafür, dass wir jetzt TPD 2 schon eine Weile in Deutschland haben, ist das auf der einen Seite, es ist einfach krass, was man trotz TPD bei einem Minze-Flavor hinbekommt, finde ich. Also es ist nicht einfach nur so eine, ich bin super Kaltminze, der hat eine schöne frische und kühle Note am Start. Der hat aber auch dieses typisch würzige, was man von der Pfefferminze eben erwarten würde. Das ist für mich kein Flavor, der mich jetzt geisteskrank umhaut, wenn man ihn alleine raucht. Also ich bin halt einfach nicht jemand, der Minze einfach pur rauchen würde. Aber zu mischen ist das eine absolut hervorragende Minze. Also ich habe gerade eben den ersten Zug tief genommen und ich war überrascht, weil ich habe nicht mal im Kopf gehabt, dass du Wäschwäsch hast und dass es halt purer Minze ist. Wer man es nicht erwartet und zieht da mal richtig kräftig dran, der ist schon recht kühl. Aber ja, wäre auch so ein Flavor, den würde ich eher zu anderen Sorten dazu mischen, als den pur zu rauchen. Ja, also das Ding ist halt wirklich einfach nur eine Mischung aus einer Pfefferminze und dieser marokkanischen Minze mit einiges an Kühler am Start. Man schmeckt auch, dass er leicht scharf ist, also einfach die Pfefferminze an sich, aber mehr ist es nicht. Ich hätte als erstes den Purpeline für euch im Angebot. Das soll sein Dunkle Traube Minze und ich finde, der könnte ein bisschen stärker vom Aroma her sein, aber schmeckt an sich, finde ich, vernünftig. Also ist gut, kann man machen. Also ich sage dir ehrlich, ich bin froh, dass er nicht noch intensiver ist, weil ich habe oft ein Problem mit diesen schwarzen Trauben. Also diese süßen Vape-Grapes habe ich oft das Problem, dass sie für mich aromamäßig zu überladen sind und bei dem finde ich es nicht überladen. Es ist eine unglaublich süße Traube, die so an diese Grape-Soda aus Amerika erinnert. Also wirklich komplett überladen, komplett süß, komplett in die Fresse. Meistens und den kann ich aber gut rauchen. Also ich würde dem Filter tatsächlich zustimmen. Echt? Ja, Tatsache. Ich würde dem Filter tatsächlich zustimmen. Also ganz am Anfang, der ist schon sehr kühl, muss man sagen, der ist wirklich ein Cooling am Start. Wenn wir sagen, okay, Vape-Traube und so weiter und so fort, gebe ich dir auch recht, auf jeden Fall. Also ist die klassische Vape-Traube, die man kennt. Da fehlt halt dementsprechend noch dieses gewisse etwas an Intensität für diese Vape-Traube. Aber ja, soviel zu dem Purpeline. Jetzt haben wir noch den Candy Peach. Da haben wir vorhin beim Kopfbau schon dran gerochen. Und der roch auf jeden Fall mega, mega gut. Ich finde aber, der riecht ein bisschen besser, als er schmeckt tatsächlich. Aber schmeckt trotzdem geil. Für den Pfirsich ist es schon sehr geil. Geruch und Geschmack hat man ja leider sehr oft. Leider ja. Dass es erstmal intensiver riecht, als es dann schmeckt. Ich finde, beim Rauchen geht die frische Pfirsichnote ein bisschen unter. Ja. Wenn ich den jetzt vergleiche mit dem Fuck-Your-Life-Peach. Ich weiß nicht, ob ich die auseinanderhalten könnte. Nee, kann man auch nicht. Also ich habe den Fuck-Your-Life-Peach geliebt. Du grinst schon über beiden Pappen. Ja, ja. Also ich habe den geliebt, diesen Pfirsichminz. Der war ultra lecker und der ist auch ultra lecker. Und deswegen glaube ich, also ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Nicht unterscheiden. Nicht unterscheiden, auf gar keinen Fall. Der ist super geil. Ich frage mich, wenn der frische Pfirsich da noch mit drin wäre. Aber ich bin eigentlich so zufrieden. Ja genau, ich bin auch zufrieden. Dann wäre es aber auch nicht mehr die Fuck-Your-Life-Pirsich-Minse. Und das war auch die Peach-Mint-Sorte, die ich immer für einen meiner absoluten Lieblingsmixte genommen habe. Noch mit Blackburn Green Tea. Das war der Tea is Good Mix auf der Messe. Was hast du? Du hast als erstes den Mambo Maracuja Nice. Das ist quasi die neue Version vom Mango Maracuja Ice. Und der kam am Anfang, als er noch nicht so heiß war, kam da wirklich gut rüber und hat auch wirklich gut geschmeckt. Der hat genauso geschmeckt wie der alte Fuck-Your-Life-Mango Maracuja Ice. Ich finde das echt lecker. Der kommt echt gut rüber. Auch bei dem muss ich sagen, das ist, also wenn ich mir jetzt diese leicht angekugelte Note da weg vorstelle, das ist der alte Mango Maracuja Ice. Ja genau. Hätte ich auch gesagt. Also, aber weißt du, als wir... Nur weniger süß. Wir hatten ja schon mal die erste Reihe an Fuck-Your-Life-Sorten, haben wir auch mal zusammen probiert. Live oder Law? Law? Ja. Hatten wir auch mal zusammen probiert. Ja. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass die so nah an Fuck-Your-Life rankommt. Bei denen jetzt schon viel, viel, viel mehr. Der kommt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nah dran an den Fuck-Your-Life. Ja, definitiv. Nur halt eben weniger süß, aber es kann halt auch dem geschuldet sein. Jetzt haben wir den Laos. Der Laos soll sein Kirsche, Blaubeereis. Ja, und genau das ist es auch tatsächlich. Also den Laos kennen wir schon eigentlich. Also die Geschmacksrichtung zumindest, kennen wir ja schon. Ich finde auch hier wieder, komplett geschmacksintensiv, also Hardcore. Das kommt auch wieder dem Original sehr, sehr nah. Das Einzige auch hier wieder, der ist nicht so süß, wie ich in Erinnerung hatte. Ich wollte nämlich schon davor sagen, der Laos war auch immer eine Sorte, die extrem süß war. Ich finde das gut, dass sie ein bisschen weg ist. In dem Fall finde ich, ich fand den Laos, der war schon immer sehr bappig süß. Ja, geil süß. Das war so ein bisschen wie bei Pinkman. Der ist ja auch bappig süß und das ist mir pur, ist mir das too much. Und ich finde das hier sehr angenehm. Also du hast, ich habe schon beim Ziehen eben große Augen gemacht, weil du instant merkst, wie voll deine Lunge und dein Mund ist mit Rauch und Geschmack. Wie beschreibe ich diese Kirsche? Für mich sind es drei Flavor, die da rauskommen. Du hast eine süße Kirsche. Ja. Du hast eine Kirsche, die so ein bisschen an diese Cocktailkirsche erinnert, also Maraschino Cherry. Und die dritte Kirsche sind diese Lollis mit Menthol. Ich hätte gesagt, das ist nur die M.O.K. Kirsche. Nur? Ja. Was sagt der Phil? Ich sage, der Tabak, der ist grundsätzlich sehr lecker, sehr schön fruchtig vom Geschmack her. Ich habe davor den alten Laos nie probiert gehabt, deswegen kann ich jetzt schlecht zurückgreifen auf irgendwie Wissen, was ich nicht habe. Aber ist ja auch schön, die Perspektive zu haben von jemandem, der den Laos noch gar nicht kennt. Aber ich finde, der schmeckt an sich sehr lecker, ja. Also sehr gut getroffen, kann man prima rauchen. Auch wenn man jetzt dem, wahrscheinlich mit irgendwas mischt, an sich stellen wir vor, den mit der Pfefferminze und nochmal so ein bisschen Frische mit reinzukicken, wäre, glaube ich, ganz geil. Was mir auch gerade in Erinnerung kommt, erinnerst du dich noch, als wir den Laos, den Fog Your Law Laos 1.0 probiert haben? Ja, der war nicht so geil. Der war nicht so geil. Der ist Killer. Der ist schon besser. Der ist eigentlich das, was wir uns bei dem letzten Test erhofft haben. Ja. Oder für dich vielleicht sogar noch einen Ticken süßer. Ich würde ihn gerne so süß haben wie vorher. Okay. Also ich finde ihn so actually besser, als den Laos, den es damals gab. Und er ist um Welten besser, als das, was Fog Your Law 1.0 war. Ich habe den Grey Mind, den Traubeminze. Und fange ich an. Also es ist eine überragende Traubeminze. Es ist eine klassische Traubeminze. Finde ich auch sehr geil, dass wir jetzt die ganz klare Unterscheidung haben. Es gibt einmal den Purple Lean. Moderne, dunkle, vape, soda-artige Traube. Und dann den Grey Mind, der wirklich einen klassischen Traubeminze-Shisha-Tabak darstellt. Finde ich geil, dass die jetzt schön klar voneinander getrennt sind. Er hat eine leckere Minze am Start, die gut am Start ist. Also ich sage mal so, mit dem Wissen, dass es ja auch von Fog Your Law noch den Wäschwäsch gibt für Leute, die so eine 50 Traube, 50 Minze-Ding geil finden. Das ist er nicht. Aber du hast ja noch den Wäschwäsch. Also wenn das jemand mag, kann er sich den ja einfach dazu mischen und dann hat er das. Die eine Unterscheidung, wir hatten ja jetzt schon ein paar Sorten, wo wir gesagt haben, der ist 1 zu 1 wie der Fog Your Life. Ich finde, der schmeckt nicht ganz wie der Fog Your Life. Aber er kommt viel näher ran, als die alten Grey Mind-Sorten, die ich bis jetzt kannte. Der einzige Traube-Minze, den ich wirklich viel geraucht habe, war der Holster-Traube-Minze, der Grape 2.0. Und im Verhältnis zu dem, würde ich sagen, ist der für mich angenehmer zu rauchen, weil die Minze, die kommt nicht so brutal rüber. Also der Holster, den hat man ja immer angemischt mit einem Minz-Shot. Ich habe da meistens nicht mal den ganzen reingemacht, weil ich fand das tatsächlich zu viel. Für eine Traube-Minze ist der wirklich sehr geil getroffen. Ihr müsst da nichts bei bischen, Gott sei Dank. Und der schmeckt so, wie er ist, mega, mega gut. Ich würde es konkretisieren. Und ich würde sagen, die Leute, die den Grape damals mit einem halben Minz-Shot geraucht haben, die werden so zufrieden sein. Die Leute, die mit einem ganzen Minz-Shot geraucht haben, so wie ich zum Beispiel, die müssten sich vielleicht noch einen Schuss von dem Wäschwäsch mit reinmachen. Also ich weiß, dass es jetzt ein Clip wird. Ich weiß das. Pappe! Nein, nein, passt auf. Das ist eine sehr traditionelle Traube. Aber diese sehr traditionellen Trauben haben so einen Wiesengeschmack. Und ich... Nein, 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 pass auf. Nein, pass auf, pass auf. Du wirst mir zu 100% zustimmen, wenn du an dieser Dose riechst, kommt da so eine leichte Heuwiesennote dazu. Also, pass auf. Ja. Beim Geschmack gebe ich es dir zu 10% recht. Danke, Freunde der Sonne. Beim Geruch? Ja. Gar nicht. Okay. Hast sie. Du hast den? Bubble and Siaga. Bubble and Siaga. Genau. Also ein Kinder-Kaugummi. Lass mich noch zweimal kurz ziehen. Kinder-Kaugummi. Ich habe noch den von früher im Kopf und der von früher ist es definitiv nicht. Also ich rede von Forte BD2, ne? Das ist er definitiv nicht. Ich bin auch tatsächlich kein so großer Fan von diesem, also von dieser ganzen Kaugummi-Geschichte. Was man sagen muss, der hat eine leicht cremige Note. Auf jeden Fall. Ja, der hat eine leicht cremige Note. Ist mir aber für einen Kinder-Kaugummi dann doch ein bisschen zu lasch im Geschmack. Also bei dem würde ich dir zustimmen, wenn ich an so einen Kinder-Kaugummi denke. Genau. Die sind ja so geisteskrankintensiv. Ja. Da kommt der nicht ran. Genau. Aber der Forte BD2 kam daran. Ja. Der Flavor davor kam daran. Ich habe den geiebt. Ich muss fairerweise zu der Sorte sagen, das ist keine Sorte, die ich mir kaufen würde, weil ich die für mich rauchen will nonstop. Ich rauche sehr wenig Bubblegum und schon gar nicht so Kinder-Bubblegum und so. Geschmacklich würde ich sagen, geht er in die richtige Richtung. Hört aber leider so bei 80 Prozent auf, würde ich sagen. Okay. Und bei dem bin ich bei dir, dass er nicht ganz intensiv genug ist für so einen Kinder-Bubblegum. Also ich bin da komplett bei euch. Mir fehlt da einfach so ein bisschen noch das Intensive. Ja, genau. Also wenn ich jetzt halt vergleiche mit dem Mango-Mahakuya-Eis oder mit dem Laos oder mit dem, was war es? Candy-Peach? Candy-Peach. Die kommen halt vom Geschmack her viel, viel, viel krasser rüber. Und ich finde, da fehlt halt einfach, da fehlen 30 Prozent an und dann wäre er wahrscheinlich sehr geil. Dann wäre er auch ein richtig krasser, in die Fresse Kaugummi-Tabak. Aber das ist er leider für mich nicht. Ganz kurz. Okay, mache ein Muster für Fuck Your Law. Let's go. Geil. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Fuck Your Law. Dark. Ui. Ui. Memo. Ich habe hier einmal den Green Lean drin. Green Lean kennen wir, Green Lean liebt der ein oder andere, der links neben mir definitiv. Ja, ich habe dann sehr viel geraucht. Das habe ich mitbekommen. Hatte ich mir auch immer Kilodosen geholt. Genau, das weiß ich auch noch. Für mich persönlich war es nie so der Flavor schlechthin. Deswegen kann ich dazu auch nicht so viel sagen, weil ich es halt auch nicht so viel geraucht habe. Ich muss aber sagen, auf jeden Fall sehr kühl. Also kühle schmeckt man definitiv raus. Und es ist eine authentische Limette. Ihr habt aber hier nicht dieses leicht Bittere von der Limette, was man so normalerweise von so einem Limettenabrieb kennt. Das gibt es hier nicht. Nichtsdestotrotz. Ist gut. Du hast recht, der ist kalt. Ich habe dich vorgeworfen. Du hast nicht gelogen. Absolutes Goddamn Brett. Für mich die Sorte Nummer eins von allem, was wir heute probiert haben. Echt, ja? Meine Liebe zu Green Lean. Instant wieder am Start. Jetzt muss man nochmal eine Sache dazu sagen. TPD 2 war ja nicht nur Minze Menthol. Das stimmt. TPD 2 war auch Citrullin, was für Zitrus-Sorten eigentlich der sichere Tod war. Keine Ahnung wie, aber diese spritzige, geile, saure Limette ist so krass am Start. Insane. Für mich die beste Limette. Punkt. Leider kein Zitrus-Fan, nicht unbedingt. Aber was ich bei dem Tabak gemerkt habe, ist, der macht sich sehr schnell im Mund breit und du hast auch noch den Nachgeschmack so ein bisschen im Mund. Also das fand ich da ziemlich cool eigentlich. Und der kommt sehr intensiv rüber, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, ich bin leider kein Zitrus-Fan. Für jemand, der das mag, für jemand, der die Richtung kennt, wahrscheinlich eine Empfehlung. Ich würde fast sagen, das ist der beste fertige Zitrus-Flavor, den ich seit TPD geraucht habe. Na? Was denn noch? Wenn wir von Zitrus sprechen, dann musst du auch Fuck Your Life Zitrone, Minze. Nee, nee. Fuck Your Life ist ja um TPD rum. Okay, das seht ihr nicht, ja? Genau. Weil das hat ja TPD ausgenockt. Genau, ja. Das zähle ich da nicht mit rein. Okay, das zähle ich. Aber diese Spritzigkeit von der geilen Zitrone-Minze von Fuck Your Life zum Beispiel. Ja, gebe ich dir recht. Finde ich, ist hier krass. Ja, ja, klar. Und deswegen sage ich, das ist das beste TPD-konforme Zitrus-Zeug, was ich jemals geraucht habe. Ja, dann gebe ich dir recht. Wenn das nicht zählt, dann gebe ich dir recht. Nachdem du da jetzt ein paar Mal gezogen hast und ich den nochmal probiert habe, ohne die Kühle, also wenn der nicht so krass reinkickt, klar, ein bisschen Kühle ist immer dabei, aber da schmeckt immer richtig geil die Limette raus, ja. Ist heftig, oder? Bin ich voll bei dir. Bin begeistert. Und als nächstes kommt der Punani. Mein Fazit dazu wäre, dass er leider nicht so geil schmeckt, wie er riecht, aber das hat man ja leider oft bei manchen Tabak-Sorten. Beim Rauchen finde ich, da fehlt so ein bisschen was. Also ich finde, geruchlich kommt er geiler rüber, auch von der Intensität her, als beim Rauchen. Aber trotzdem, mega geiler Mix. Schmeckt richtig geil. Da fehlen mir noch so die 20% wieder, dass er halt richtig kickt. Und ich muss sagen, vom Geruch hatte ich gehofft, dass sich der Punani ein bisschen verändert hat. Mochtest du den nicht? Nee. Also was heißt, mochte ich nicht? Es war definitiv nicht in meinen irgendwie Top 5 Hukain-Flavern mit drin. Und für mich persönlich, also ich finde ihn intensiv genug. Ich finde, er läuft super smooth. Also technisch gesehen ist für mich bei diesem Tabak alles richtig gemacht. Auch die Flavor kommen gut raus. Aber es ist einfach nicht meine Zusammenstellung an Flavern, die ich fühle. Der kommt schon sehr nah an den alten, also den uralten Punani ran. Aber muss man natürlich mögen, da ist Ananas drin. Ananas mag nicht jeder. Ich mag eigentlich auch keinen Ananas. Oh, das finde ich geil. Sehr süß. Absolut nicht kühl. Im Vergleich zu dem anderen Zeug. Das stimmt, ja. Oh ja, ja. Also ich finde, eine ganz leichte, spritzige Kühle hat er dabei. Fruchtkühle halt. Ja, genau. Filatio, Beerenmix und Wassermelone. Übelwild. Ich dachte erst so, cool, jetzt habe ich den mit Wassermelone. Ich hasse Wassermelone. Wirklich auf den Tod. Der war geil. Der war geil. Also der Beerenmix in dem Ding hat das komplett rumgerissen. Du hast aber trotzdem definitiv was von der Wassermelone geschmeckt. Aber mit diesem süßen, spritzigen von dem Beerenmix kommt das actually übertrieben geil rüber. Also es war für mich, wie gesagt, ich mag kein Wassermelone. Der Filatio war echt gut. Und auch sehr solide umgesetzt. Sehr intensiv. Süß, aber trotzdem durch dieses Wassermelonenartige, wässrige. Geil. Überraschend gut, vor allem dafür, dass Wassermelone drin war. What the fuck. Das letzte Rühnchen, Freunde. Wir haben Blue Mind, Klitrus und Kaffayayo. Und ich würde sagen, diesmal fangen wir beim Phil an. Der Blue Mind soll sein eine Blaubeere-Minze. Und ja, man schmeckt auf jeden Fall die Minze im Vordergrund raus, meiner Meinung nach. Die Blaubeere geht so ein bisschen unter. Was meinst du, kühl? Ich meine, intensiv. Ja, intensiv auf jeden Fall. Blaubeere-Minze war jetzt auch nicht so mein Fall. Also jetzt nicht nur wegen dem Tabak, aber generell so als Flavor. Ich finde, Blaubeere ist, weiß ich nicht, das passt bei mir nirgendwo so richtig rein. Der hat eine ganz krasse Kühle, meiner Meinung nach. Gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Sehr schwerer Flavor, um den zu beschreiben. Wenn man die Blaubeeren-Note von Hukain kennt. Und erwartet. Dann kriegt man genau das auch hier wieder. Es ist eine unglaublich eigene Blaubeere, die frisch ist. Künstlich, aber im guten Sinne. Es ist nicht so eine matschige Standard-Blaubeere. Es ist so eine künstliche, sehr, sehr intensiv vor allem. Sehr intensiv. Ich würde sogar fast sagen, der intensivste Flavor, den wir heute hier hatten. Also man schmeckt auf jeden Fall eine Blaubeere. Ich hätte auch gesagt, es geht in diese künstliche Richtung. Also wirklich dieses, aber auch nicht schlecht. Also weiß ich nicht. Ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Es ist auf jeden Fall sehr kühl. Leicht scharf. Aber kann auch vielleicht sein, dass diese Schärfe davon kommt, dass er ein bisschen stand. Ja. Die wird auf jeden Fall gerade besser. Ja, super schwierig. Aber er hat irgendwie auch so eine würzige Komponente. Ja. Ja, wirklich. Also nicht so was komplett Fruchtiges, sondern halt so ein bisschen... Wie findest du ihn am Ende? Ich find den lecker. Ja. Ich find den auf jeden Fall lecker. Ich würde den aber nicht kaufen. Weil ich absolut kein Blaubeeren Freund bin. Cafayayo. Ich liebe den Cafayayo. Ich hab den auch früher geliebt. Es war ein übel krasser Flavor für mich damals. Und schmeckt nach... Also ist super cremig. Schmeckt nach Kokosnuss. Also einfach wie Raffaello. Schmeckt aber wirklich... Also sehr, sehr nach dem alten Cafayayo. Und das find ich gut. Der schmeckt sehr genau wie der alte. Ja. Und deswegen schmeckt er den nicht? Ja. Scheiße. Ja. Der hat dieses... Für mich ist es eben nicht geil. Der schmeckt sehr nach Kokos, aber nach diesen trockenen Kokosflocken. Und ich kann irgendwo nachvollziehen, dass du den geil findest, aber für mich irgendwie nicht so. Was sagst du zum Cafayayo? Ich hab den davor ja noch gar nicht probiert und ich find, der ist mega geil. Also mega geiler Flavor an sich. Und ich find, der ist... Der passt perfekt, so wie er ist. Also so wie es hast du dir beschrieben hat, der hat was vom Raffaello. Klar, eins zu eins kriegst du halt die Süßigkeit nie nachgestellt. Aber kann man auf jeden Fall, find ich, auch pur rauchen. Und schmeckt mega lecker. Also was richtig schön angenehmes Cremiges. Der drückt auch nicht oder sowas. Also was die Smokability angeht, können wir glaube ich zu allen sagen, die wir heute hatten. Herausragend gut. Und das, obwohl sie nur drei Tage akklimatisieren konnten. Normal würde ich jeden Tabak mal mindestens eine Woche stehen lassen. Okay, dann die letzte Sorte, die wir heute für euch haben. Klitrus, also eine Zitrone-Minze. Ich mag ihn und ich mag ihn nicht. Warum mag ich ihn? Weil er dieselben Zitrus-Noten hat wie der Green Lean. Also der Unterschied ist ja, Green Lean ist die Limette und der ist die Zitrone. Und beides noch mit dieser Frische dabei. Jetzt schmeckt der Klitrus für mich nahezu wie der Green Lean, aber irgendwie nur 80% oder 75% so geil. Und das gefällt mir nicht dran. Wo ich beim Green Lean noch so begeistert war, dass das trotz TPD hinkommt, habe ich beim Klitrus irgendwie das Gefühl, dass ihm genau das fehlt für einen Zitrone. Ich habe wirklich kiloweise den Fog-Your-Life-Zitrone-Minze weggeraucht und da ist der leider weit weg von. Also ich finde den auch nicht so gut. Aber das ist halt wieder, ich muss nochmal kurz reinkrätschen, das ist halt wieder, also. Unfair. Das ist, genau, das ist wieder das Unfaire, weil es wird Hokain einfach die Möglichkeit genommen, uns so einen geilen Tabak wie Fog-Your-Life-Zitrone-Minze zu geben, weil es eben nicht geht. Ja, es funktioniert halt nicht. Und dementsprechend muss man darauf gehen. Ich habe mir von dem Klitrus, ich glaube den hatten wir schon mal. Den hatten wir, das war glaube ich unsere Least-Favorite-Sorte bei Fog-Your-Law 1.0. Da kann ich auch noch kurz dazu sagen, das ist ja um Welten besser. Ich habe den nicht mehr im Kopf, wie gut oder wie schlecht. Wir fanden den sehr schlecht. Wir fanden den sehr schlecht. Ich würde aber auch jetzt wieder sagen, dass er auf den Platz, also wirklich auf den letzten Platz bei mir kommt. Da wollte ich nämlich gerade einsteigen. Ich bin, wie gesagt, kein Zitrus-Fan. Den Zitronenminze von Fog-Your-Life habe ich auch ab und zu mal mitgemischt. Und ich fand, da war halt so die Süße halt noch oder halt das Saure war so ein bisschen geiler, finde ich. Also hier, da geht es so ein bisschen unter. Vom Rauchgefühl her wieder eigentlich gut zu rauchen, sage ich mal. Also der kickt jetzt nicht komplett mit Kühle oder sowas, sondern man kann ihn echt angenehm rauchen. Aber ja, er kommt halt leider nicht für mich an die Zitronenminze von Fog-Your-Life dran. Und ja, das wäre halt so mein Maßstab in dem Bereich. Und ja, da finde ich es halt ein bisschen schade. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für TPD, weil wir wissen, was Huka ihn kann bei einer Zitronenminze. Ja. Und wenn das das Beste ist, was sie rausholen mit TPD, dann muss man hier wirklich sagen, dann ist TPD der Bastard. Ich kann aber auch verstehen, dass sie sagen, wir wollen eine Zitrone rausbringen. Klar. Weil Zitrone ist halt die Sorte oder eine von denen. Ich sage mal, wenn jemand auch sehr, sehr gerne Zitrone raucht, bevor man gar nicht mehr Zitrone rauchen kann, ist das immer noch solide. Zusammenfassendes Fazit, Fog-Your-Life 2.0, bist du happy? Ja, definitiv. Also ich glaube, in der ersten Runde fand ich es nicht so gut wie heute. Heute war es viel, viel, viel besser. Auch geschmacklich sehr viel besser. Sehr viele Sorten sehr gut, kommen sehr nah an den ganz alten Sorten ran. Und dann gab es halt noch schöne neue Sorten, Blue Mind jetzt zum Beispiel. Ich habe ja die erste Runde gar nicht probiert, meine ich. Und jetzt mal quasi in die zweite Runde einzusteigen. Ich kann da jetzt nicht auf vorheriges Wissen zurückgreifen wieder. Aber ich finde die Flavor an sich, vom Rauchgefühl her, vom Rauchverhalten her, vom Geschmack her, kommen die echt gut rüber. Klar, es gibt so ein paar Einzelkandidaten, wo man halt dann sagt, okay gut, das ist jetzt einfach nicht mein Fall. Wir sind uns einig, Freunde. Bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es probiert habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Was wäre denn eure? Ganz kurz. Tschüss. Wo? Ah, tschüss.